Ich bin Alessio Bertaccia und bin der erste Saison im EVZ. Aufgewachsen bin ich in Lugano, bin dort in die Schule gegangen, habe alle Junioren in Lugano gemacht und bin ich 18 Jahre alt und bin in Kanada. Am Hockey begeistert mich sicher, mit anderen Spielern zusammenzuspielen und alle zusammen auf einem Ski zu arbeiten. Einfach wie Sport schnell ist und ich könnte es gar nicht erklären, ich liebe es, ich liebe es beim Hockey einfach. Meine Nummer 13 habe ich das erste Jahr in Kanada bekommen und seitdem habe ich sie gehalten. Ich denke, alle sagen, dass es uns ein Unglück bringt, aber ich denke auf jeden Fall das Gegenteil. Ich bin zum FAZ, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein gutes Team wird und ich wollte etwas Neues anfangen. Ich bin sicher, es war die richtige Entscheidung. In meine erste Saison will ich zeigen, dass ich etwas machen kann, aber sicher, dass ich in ein Team spielen kann und dass ich mithelfen kann. Ich hoffe, dass wir diese Saison sicher in die Playoffs kommen und dass wir so weit wie möglich gehen können und gewinnen. Ja. 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 Ja.